So, hi Leute, wir sind hier auf dem Miese Open Air mit dem Andi von Steel Preacher. Andi, erzähl doch mal, was hast du dabei heute? Obergeiles Festival hier, ohne Scheiß. Für die Steel Preacher-Shows habe ich meine creme-weiße Gipsen Explorer 2011er Baujahr, saugeiles Instrument, damals hat Gipsen auch echt geile Nummern gebaut. Heute hier der ultimative, analoge, richtig obergeile Marshall DSL. Absolutes Awesome-Time und Rhythmus-Sound hole ich mir aus dem Classic-Gain-Channel im zweiten Voicing. Das heißt, er hat so einen richtig schönen Eier. Mein Lead-Sound hole ich mir mit so einem kleinen bisschen Reverb aus dem Ultra-Gain-Channel, Gain voll aufgerissen im ersten Voicing. Ansonsten habe ich eigentlich schon noch einen Tuner, that's it. Na dann, viel Erfolg bei der Show, vielen Dank. We want metal, we want beer! So make yourself a lot of you hear! We want metal, we want beer!